Hallöchen hier und willkommen zurück bei Starcraft 2 Heart of the Swarm. Die Hütte hier wird langsam voll, wie man sieht. Wir haben den Survan, wir haben die Zagara, wir haben SBHK und Isha. Und natürlich Garrygan haben wir auch, die mittlerweile auch ein bisschen zägiger aussieht. Ja, mal gucken, ob sie auch zackig in die nächste Mission geht. Sie können wir nicht upgraden gerade, wir brauchen die nächste Mission. Es ist Zeit. Tritt den verbleibenden Rudelführern entgegen. Nimm, nimm was das ihre ist. Erfülle das Schicksal aller Zerg. Ach ja, das klingt doch nach einem netten Sonntagsspaziergang. Alleinherrschaft, besiegen Sie die Anführer der Ur-Zerg. Bitte Zeit. Hauptzielbelohnung, 5 Machtpunkte für Karrygan. Zusätzliche Belohnungen, Evolutionsmissionen für Hydralisk. Oh, würden wir sie sonst nicht bekommen? Ich möchte es gerne haben. Ich finde die Hydralisk cool. äh, Bonus-Tiebelohnungen, 4 Machtpunkte für Karrygan. Schattarten. Mission. Ja, Mission starten. Hydras aufwerten wir nochmal cool. Die sind, ich meine, ich finde die schon sehr nett. Ja, sind einige, also sind, sind, ich sag mal, wenn man sich, wenn man keinen, äh, keine Luftabwehr braucht, weiß ich nicht, ob die wirklich besser als Roaches, als die normalen Schaben sind. Die haben ein bisschen mehr Reichweite, aber, äh, sie sind, also Schaben sind in dem Fall zumindest billiger. Das heißt, muss man halt schon wirklich gucken, was für Gegner man da auch als Einheiten, äh, was für Einheiten man als Gegner hat. Ähm, und letztendlich, es gibt, es gibt eine ganze Übersicht von Blizzard selber hier, oder von den ganzen Einheiten hier selber im Spiel, von allen drei Rassen. Und da steht überall, wo, gegen welche Einheiten gut sind und welche nicht. Da steht zum Beispiel sowas wie, eine Schabe ist nicht gut gegen Flugeinheiten. Warum? Weil sie nicht nach oben schießen kann. Ist aber besonders gut gegen, äh, leicht gepanzerte Sachen. Was weiß ich. Ich, ich weiß auch nicht alles auswendig. So, äh, beliebige Taste. Yay. Kenne deine Feinde. Jaktra, ein Wurm, dessen Säure wie Feuer brennt. Greif, gewaltig und von Hass verzehrt. Slyvend, die ewige Mutter. Gefühllos und zerstörerisch. Töte sie. Und du wirst über alle Zerg herrschen. Es sagt... Sie alle haben den Großteil ihrer Streitkräfte gegen deinen Schwarm ausgesandt und sind nun selbst angreifbar. Sagara, verteidige den Leviathan. Ich kümmere mich persönlich um die Anführer. Was ich sagen wollte, äh, falls ich das nicht rausgeschnitten hab, den Anfang von diesen Worten. Hier, ähm, das sah schon ein bisschen ekelhaft aus, der Schwarmhost. In dich. Ich werde Vergeltung üben. Ja, Vergeltung. Dieser Planet gehört mir. Vergeltung üben, ne, und tippelt dann mit, äh, ihren kleinen Stammfüßchen flott durch die Gegend. Gewagt. Ja, gewagt, ich weiß. Was du heute kannst besorgen? Also ihre Sprüche finde ich ja schon mal nicht so... ...nicht so. Wie? Oh, ich hab's geschafft. Ich soll darüber springen? Ui. Ja, ist das... Ja, schön. Karin springt auf ihr Ziel zu und fügt ihm 150 Schaden zu. Kann ohne ein Ziel eingesetzt werden, um sich schnell vorzubewegen. Fupp. Boing. Neue offensive Fähigkeit. Psi-Verschiebung. Vorwärtspreschen. Kreaturen im Weg vernichten. Das erinnert mich gerade sehr an Fähigkeiten aus Diablo 2. Äh, und zwar ist das hier Sprungangriff vom Barbaren. Der ist... Das hatte der auch. Und das hier klingt wie ein Sturm. Kerrigan stürmt durch die gegnerischen Reihen und fügt allen Gegenden auf ihrem Weg 50 Schaden zu. Uiuiuiui. Kerrigan, Kerrigan. Wir können keine Gäste. Wie ein Büsel, äh, Büseleigen, genau. Bügeleisen. Hey. Ursprünglich von Xel-Naga. Beherbergt kinetische Informationen. Wichtig. Muss eins. Urschaben helfen. Sie wegkämpfen. Ich jag das Brut. Oh nein, jag das Brut. Ach so, wir... Das ist alles, äh, ohne Abflinkzeit, aber mit... Neue Form kann Essenz beeinflussen. Mit... So, hier sind das meine? Ja. Hier, halte ich nochmal. Äh... Sie hier, ihre Energie heilt sich halt tierisch schnell. Ne? Hier sieht man das. Das ist angenehm. Es ist Zeit. Das ist schön. Was sind das hier eigentlich? Schaben. Fett. Warum sehen die so komisch aus? Hab ich die so gemacht? Mengsk wird leiden. Trotzdem kann sie nicht richtig Mengsk ausbrechen. Ohne eine Pause zu machen danach. Die Eroberung geht weiter. Macht das noch jemand? Hi. Macht eure Frieden. Joa, Kerrigan. Frieden ist schön und gut, aber... Was du heute kannst besorgen? Ja. Das mach auch morgen. Wusch. Wir kennen keine Grenzen. Ach so, wer ist denn hier oben jetzt? Niemand. Da ist ein, 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 ein Pünktchen. Ja, Königin ist ja gut. Ich werde Vergeltung üben. Und durch damit. Oh. War das wirklich alles auf einen Schlag? Oh, ist ja schön. Aber sie redet mir echt zu viel, muss ich ja sagen. Ich meine, und das sage ich als jemand, der eigentlich die ganze Zeit redet hier innerhalb der Folgen. Ja, gewagt. Oh, Kerrigan. Oh. Oh, oh. Ich bin der Schwach. Bretter. Die Eroberung geht weiter. Joa, ist das schön. Nach Frau und Frieden. Joa, finde ich gut. Äh, ist hier da sonst noch irgendwas zu holen? Was du heute kannst besorgen? Also ihre Sprüche finde ich schon mal nicht so geil. Ich weiß nicht, wie die auf Englisch klingen. Warum erobert alles? Im Moment klingt so echt so ein bisschen leicht zickig. Auch wir haben eine Schabe verloren, verdammt. Wir passen uns ab. Wobei, wahrscheinlich kann ich, muss ich, ist hier drüben noch was? Ja, Schaten schließen sich den Kampf an. Ja, ist ja gut. Ich befürchte mal, hier müssen wir, hier können wir, wobei, da kann ich mit Kerrigan auch nicht rüber, ne? Ne, wahrscheinlich nichts zu. Die Reichweite ist nicht sehr reichweit, äh, sehr weitreichend. Ich bin der Schwarm. Anführerin des verfälschten Rudels? Nein! Ist das Angst, Jagdra? Du weißt, dass du nie eine Chance hattest, oder? Deine Veränderung bedeutet gar nichts. Ich werde das Fleisch von deinen Knochen schmelzen. Ist ja gut, aber lass meine Schaben heile. Ja, ist ja gut. Ja, oh. Ja, ist ja gut. Kerrigan. Eigentlich so viel jammern hier und mehr machen. So, kauf uns. Äh, wie sieht es mit den Schaben aus? Sind die da irgendwie, machen die auch? Was sinnvolles. Nein. Wir kommen, damit kannst du das mal angreifen, da. Hier, die Schaben, die können auch mal gerne dahin, so. Und Kerrigan, Kerrigan darf immer auf den Kerl da gehen. Und die dürfen da zu den Eiern gehen. Weil Kerrigan beworstet wird. Verdammt. Äh, okay. Vielleicht sollte ich da vielleicht, äh, mh. Das ging aber schnell auf einmal. Muss ich ja mal sagen. Das sieht ganz cool aus. Kerrigan kann heilen verwenden, um sich in der Nähe befindlich verbundenen Einheiten zu heilen. Na ja, haben wir ja schon gelesen oder gehört. Und setzen sie dies regelmäßig ein, um ihre Einheiten am Leben zu erhalten. Und nicht zu sterben, wie gerade eben demonstriert. Ja, ich auch. Ja, wir müssen aber die Schaben auch schon mitbenutzen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Weil Kerrigan alleine ist jetzt auch nicht so die, die Kampfbombe jetzt hier. Wenn wir dem, wenn wir dem ran springen, ist ganz cool, aber sonst. Ja, wir hier kommen. Äh, da, so. Das mit dem heilen ist wirklich ganz sinnvoll. Eigentlich stelle ich halt gerade mal fest. Heilen ist das einzige, was hier in Abklingzeit hat, anscheinend. Aber auch die ist nicht sonderlich hoch. Ja, ist ja gut. Meine Güte sind ganz viele. So, haben wir den gleich mal. Ich wäre ja stark dafür, die Eier werden mehr. Da wäre ich stark dagegen. Ja, ist ja gut. Tod ist schön. Ich meine, das ist nicht schön. Es werden echt viele hier. Ich sollte meine Kerle hier abmurksen und nicht die ganzen Eier. Total in die neue Errungenschaft hier. Das ist ein bisschen. Meine Güte, das ist echt schlimm hier. So, Kerrigan. Ja, mach mal. Tu was für dein Geld. Was du mir nicht liebst. Ah. Ist sie jetzt cooler geworden? Was ist es diesmal? Zumindest vielleicht ein bisschen stärker. Sie ist ja schon stark genug. Wie viel Schaden? Oh, oh. 107 Kills nur. Wie viel Schaden? 49 Schaden. Und drei Reichweite hat sie. Wie schießt ihr eigentlich? Ich bin der Schwarm. Ich weiß es gar nicht. Äh, Panzerung 2. Schön. Bewegungsgeschwindigkeit. Aha, aha, aha. Boden und Luft. Das ist natürlich... Wie sich das gehört. Aber komme ich da oben dann noch hin? Oder ist das nur Deko? Wahrscheinlich komme ich da nicht hin, ne? Hier komme ich auch nicht dran vorbei. Nein. Hallo, Kinnas. Ah, das ist meine. Hier, das mache ich doch. Hier, das mache ich doch. Ja, so. Ha. Vertrobene Priorität. Was du heute kannst besorgen? Du bist der Schwarm, ich weiß. Ja, ja. Besorgen. Ah, sie hat besorgen gesagt. Macht eure Zeit. So. Wir passen uns ab. Die Großen sind kaputt. Und heilen. Und ich habe keine Energie. Durch damit. Lass mich nicht durchrennen. Das ist schon ziemlich mächtig. Muss ich ja mal anmerken. Hätte wahrscheinlich niemand gedacht, wenn ich es nicht auszuschneiden hätte. Wer wagt? Wer nicht gewagt, der nicht gewinnt. Weißt du doch, Karrion. Was du heute kannst besorgen? Alte Sprüche neu interpretiert. So, ich sollte mal, äh, speichern. Alleinherrschaft. Der Schwarm erobert alles. Aber ich bin noch nicht alleine. Hier gucken noch Leute zu. Ach, guck mal da unten. Das ist ja, das ist ja mal, das ist, glaube ich, der höchste Höhenunterschied, den ich bisher in der Karte hier gesehen habe. Und guck mal, hier sind noch alte Muster eingeblendet. Oh, das ist besser. Wir kennen keine Grenzen. Nö. Der Schwarm erobert alles. Heilen, 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 heilen. Oh, hier müssen wir mal mal hin. Dieser Planet gehört mir. Also, wenn ich wohin muss, dann ja wohl hier. Macht eure Sprüche. Du bist mir im Weg. So, wir haben jetzt, äh, drei von vier Punkten. Ich hätte wirklich gerne, dass wir dann die Mission noch bekommen. Ich weiß nicht, ob die quasi mehr oder weniger optional ist, dass wir da die Hydras, äh, upgraden können. Ich kenne es gut, wenn man das, also wenn ich das bekäme. So, ein bisschen heilen, das ist auch ganz wichtig hier. Heilen, hallo, zurücklaufen. Also, manchmal spielt die Kamera so ein bisschen, äh, dahin, wo sie eigentlich nicht soll. Aber das kann auch, ich weiß nicht, woran das liegt. Ach man, das war, das, das tat weh. Boah, wir haben viel zu wenig Krempel jetzt dabei. Also, ich meine, Einheiten. Ja, es sind Einheiten, es ist kein Krempel. Das sieht schön aus hier. Schöne, schöne Natur. Ich finde das gut. Sah wahrscheinlich vorher auch schon mal so aus, aber, man kann es ja nochmal anmerken. Da ist unser nächstes Ziel. Wenn letztendlich, wahrscheinlich, äh, können wir auch alles mit Kerrigan alleine machen. Es wird schon so designt sein, dass man das mit Kerrigan alleine machen kann, weil man merkt es ja, dass es nicht unbedingt so super läuft. Ja, heilen, heilen. Ja, siehst du mal, das geht. Oh, also es macht schon ordentlich verwirms. So ist, so ist ja nicht. Und sie heilt sich schnell, sie kriegt viel Energie wieder. Sie hat halt insgesamt nur recht, recht wenig Energie. Das heißt, zwei Ladungen hier sind maximal da immer drin. Also, na gut, von der Heilung drei, aber dafür ist ja eine, eine Antlinkzeit, äh, eine Abklingzeit. Sonst wäre das ja komplett imbar, wenn man damit die ganze Zeit durch die Gegend guckt. Und ich vermute mal, wenn ich eben so ein bisschen besser gekämpft hätte, hätte ich alle Einheiten oder fast alle Einheiten behalten können, wenn ich die einfach halt aus dem Feld rausziehe, vorher. Dann wäre die Armee jetzt noch größer. Du bist es wert, getötet zu werden. Oh, weil ich es mir wert bin. Fleisch zerschneiden. Fleisch zerschneiden? Ich wäre nicht dafür. Die soll man eigentlich ein bisschen Schaden anrichten. Das wäre ganz praktisch. Ich glaube, ich werde die Energie sparen. Wobei, jetzt brauche ich die gar nicht mehr sparen. Ja, ist schon gut. Da ist die Kamera schon wieder gesprungen. Oh, ich hätte ihm heilen müssen. Heilen. Oh, die sind alles so weit weg. Verdammt. Verdammt. So ein Unsinn. Ja, jetzt ist es, jetzt ist es zu spät. Ja, ist ja gut. Mach das. Ja, das mit dem, mit dem hier ordentlich kämpfen ist so eine gewisse Sache. Es sind schon ein paar Leute, die immer auf mich zukommen. Springen. So, sehr gut. Heilen. Äh, ich werde gleich. Nicht, 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 nein, 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 nein. So. Da siehst du mal. Und kämpfen. Ich glaube, sobald ich hier alle beseitigt habe, nee, oder? Ich glaube, es ist nicht, äh, es hängt nicht voneinander ab, ob man hier die ganzen Viecher beseitigt hat oder ob der Neue nachkommen. Ich hoffe mal nicht. Sonst würde ich einfach mal einen am Leben lassen und dann ist gut. So. Ja, haben das gleich. Auch wenn die Verluste doch vorhanden waren. Ich bin der Schwan. La, 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 la. Mach kaputt, mach kaputt. Aha. Der hat nicht mehr mehr was gesagt zum Abschied. Frech halt. Er hat doch mal was sagen können hier. Von wegen, ach so, ja, dann, ja gut, dann gebe ich auf. Tschüss. Der Schwarm erobert alles. Ja, das hätte ich lustig gefunden. Mein Rudel trifft ein. Sie werden deine Feinde zerkumetschen. Zerkumetschen? Dieser Planet gehört mir. Ich habe doch keine Kuh bestellt. Wir kennen keine Grenzen. Ja, weil ihr in Geologie nicht aufgepasst habt. Wir passen uns ab. Ja, ich muss hier vorbei, ne? Was du heute kannst besorgen. Ich finde die Grafik an dieser Stelle echt mal hübsch. Ich meine, die ist auch sonst ziemlich hübsch. Da ist es natürlich, ja. Diese Kreaturen explodieren, wenn du ihnen zu nahe kommst. Das ist nicht gut. Ja, ist ja gut. Die sind jetzt nicht so der Hammer. Aber der Knaller. Wir kennen keine Grenzen. Ach, der heilen wäre ganz cool. Oh, ich stand zu weit weg. Zu weit. Ich stand zu weit. Das ist toll. Wir haben jetzt, ich habe schon wieder alles verloren jetzt hier. Warte mal, wann war der letzte Kontrollpunkt? Ich möchte einmal probieren, wie das aussieht da. Kürzlitsch da allein her schafft. Ich möchte einmal probieren, wie das aussieht, wenn man die, wenn man die anderen Einheiten aus dem Kampf rauslässt und nur mit Kerrigan kämpft. Ob das funktioniert an der Stelle. Dass wir dann halt noch ein paar Einheiten mehr übrig haben. Ist jetzt ein bisschen blöd, das hier jetzt zu laden, aber das ist, äh. Ich kann auch keine Mission vollbringen, wo wir nicht laden. So, das geht doch nicht. Und trifft ein, sie werden deine Feinde zacku-wetschen. Zacku-wetschen, äh. Ja, gewagt. So, Kerrigan, Kerrigan. Du klingst auch immer noch wie so ein Frischkäse. Kommt auf mich zu, Explosions-Fritzels. Hier kommen, dann gehen wir nochmal mit zurück. La, la, la. Wusch und wusch. Und wusch. Das ist ja langweilig, wenn die hier, wenn die so lange brauchen, bis die explodieren. Hier komm, ich geh mal drüber. So, ah, hier ist genau, ah, guck mal. Ja, mach ich doch. So, kämpfen, kämpfen. Und kämpfen. Fupp. Was du heute kannst besorgen. Und kämpfen. Und kämpfen. Ja, ich weiß. Ah, ob sie noch mehr. Wie, warum sind denn noch mehr? Wie soll ich denn da hin? Das kann ich da hoch. Ja, kann. Tatsächlich. Na gut, dann hab ich nichts gesagt. Ja, aber sie wirklich, also sie heilt sich wirklich, wirklich, wirklich flott. Der Schwarm erobert alles. Da kann ich nicht hin. Was hab ich jetzt davon, dass ich hier alle beseitigt hab? Dieser Planet gehört mir. Wer hätte hab ich jetzt davon? Also, achso. Ich könnte jetzt wieder zurück. Hier oben ist aber sonst auch nicht weiter, ne? Das ist alles nur ein Deko hier, das Tor. Ja, dann ist ja gut. Wir passen uns an. Macht euren Frieden. Als ob du dich anpassen würdest. Wir passen uns an. Ja, du bist voll die Punk-Kerrigan. So, jetzt hier, Kerrigan. Achso. Die kommen da raus. Äh, Kerrigan stirbt wahrscheinlich gleich. Oder wo ist sie? Ah, sie hat sich vergraben. Ah, okay. Hier durch, durch, auf. Okay, vergraben. Was für den vergraben hab ich ja komplett vergessen gehabt. Lalalala. Merkt man gar nicht, ne? Wir kennen keine Grenzen. Lalalala. Lalalala. Fuck. Lalalala. Fuck. Warum eroberst alles? Ich bin vergraben. Ist ja super an dieser Stelle hier. Kann man einfach mal so tun, als wär nix. So, Bretter. Eilen. Ja, das kriegst du hin. Ja, komm. Ihr dürft mitmachen. Ja, wir haben Einheiten. Ich werde mal speichern. Es hätte wahrscheinlich noch schöner sein können. Wobei, wir haben, äh, sechs davon, vier davon. Ist das noch die volle Menge? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, wir hatten 14 oder sowas. Aber es ist schön, dass ich jetzt weiß, dass ich mich einfach verdrücken kann. Dann hätte ich wahrscheinlich die ganze... Ich hab ja auch schon gesehen, dass dann so ein knappes war. Aber ich hab überhaupt nicht mehr an diese taktische Vorgehensweise gedacht. Das ist so der, äh, blöde Teil jetzt gewählt hier. So, tschüss. Na, ihr Kleinen. Ich find das lustig hier gerade mal. Da kann ich ja wirklich nicht hier die ganzen, äh, die ganzen Einheiten sparen hier. Vor allem, die teilen sich ja auch noch hier unter Wasser. Ich mein, unter der Erde. Wobei, ähm, ja, ein bisschen. Die Eroberung geht weiter.